Scheiße, es regnet jetzt. Ich bin auch vor allem da drauf gekommen. Ihr wollt mal nicht jetzt bei dir machen. Aber es regnet und mein Handy ist irgendwas. Also... Kühl, Tast. Ihr bleibt schön hier. Eben sicher. Geht zurück! Und wo ihr auch nichts mehr seht. Feine! Oster, Oster! Oster, 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 Oster... Kühl, Tere, ist... Also... Ich überlege mir gerade, ein Lifestyle zu machen. Aber ich mach' schon mal. Kein Lifestyle. Ein Lifestyle, aber ich mach' schon mal was. Vielleicht, ich mach' ich guck' es, von was ich ein Lifestyle mach'. Aber ich mache bestimmt noch eins, also schickt mir irgendwas in die Kommentare, von was ich ein Display machen konnte. Ich mache aber auch 100 pro ein Minecraft-Explay. Irgendwann mal, aber ich weiß nicht wann, vielleicht in 5 Jahren. Und dann sehen. Also scheiß drauf. Ciao. Alter, was war denn mit mir? Ciao. Scheiß drauf.